Ist diese Weide doch immer so, dass Leute reingehen oder es ist nicht so furchtbar? Ja, ja. Es ist unbeaufsichtigt natürlich. Völlig unbeaufsichtigt und so. Wie im wilden Westen. Ich weiß nicht, was passiert. Also, ich habe sie nicht so gern hier. Und wenn sie hier sind, dann gehe ich zweimal am Nadeln. Ja, ja. Aber ich meine, es ist ja gut gesichert alles und sind die schon mal abgehauen von hier? Nein, machen sie nicht. Nein, die sind doch nie irgendwo raus. Es geht denen ja gut hier. Oh, jetzt kommt er. Der Zaun ist gar nicht durchgängig, also der Elektron ist nicht durchgängig. Aber jetzt sieht sie auch übel aus. Das war ja Anno 75 ist er geboren. Verrückt. Wie lang das her ist. 75. Ja. 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 Ja.